Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum? Ich verwende das Wort töten nicht, weil das ist erlegen. Eigentlich erlöst man nur die Tiere daran. Die älteren zum Beispiel. Oder kleine. Wenn du das eine Stück im Fadenkreuz hast, blendest du alles aus. Man hört nichts mehr. Dann legst du auf. Atme es einmal tief ein. Genau? 615 Euro. Äh, Osterburg? 1400 Euro. Wer da einen blinden Tierschutz betreibt, das führt zu absolut nichts. Die Schwarzen können deutlich schneller laufen als wir, wenn sie wollen. Norddeutscherer, Tierschutz. Wie sagt man das? Das ist ja, wie sie wollen. Das ist ja, wie sie wollen. Was ist ja, wie sie wollen. Aber das ist ja, wie sie wollen. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020